Mit dem Studium Kunst in Freiburg entwickelst du ein Gefühl für deinen eigenen künstlerischen Ansatz und baust Grundwissen auf. Entfalte deine künstlerische Persönlichkeit und verleihe deinem individuellen Stil in eigenen Kunstwerken Ausdruck. Am Ende deines Studiums bist du in der Lage, deinen künstlerischen Weg zu gehen und Fuß in der Kunstbranche zu fassen. Du willst deiner Kreativität keine Grenzen setzen? Dann bewirb dich unter www.macromedia-fachhochschule.de Macromedia – You Change